Nach meinem Bachelorstudium entschied ich mich für das Masterstudium, einerseits um mein fachliches Wissen zu vertiefen und andererseits ergaben sich daraus bessere Berufsperspektiven. Das Masterprogramm Pharmazeutische Biotechnologie beginnt mit der molekularen Konstruktion des Wirkungssystems. Und geht bis hin zur In-Vitro-Testung und auch zur Herstellung des fertigen Medikamentes. Damit wird die gesamte Wertschöpfungskette moderner Pharmaprodukte abgebildet. Dieses Studium bildet damit eine gute wissenschaftliche Grundlage für eine nachfolgende Karriere im Pharma- und Biotechnologiebereich. The Master's Programme ist designed for motivated students who've successfully completed a Bachelor's Degree Programme at a University or University of Applied Sciences in Switzerland or abroad. The full-time program spans three semesters. Part-time study in combination with flexible working hours is also possible. Ich habe den Bachelor in Biotechnologie an der ZHAW in Wadenswil absolviert. Anschliessend habe ich den Master in Pharmazeutischer Biotechnologie angehängt. An der Biotechnologie fasziniert mich besonders die Kombination zwischen Technik und biologischen Systemen zur Herstellung von pharmazeutisch relevanten Stoffen. Ich habe den Master in Teilzeit absolviert, da ich die Möglichkeit hatte, an einem mehrjährigen Forschungsprojekt mit internationalen Kooperationspartnern mitzuarbeiten. Ich freue mich aufgrund meines Wissens, das ich mir während des Studiums aneignen durfte, eine interessante Stelle bei einem innovativen Arbeitgeber wie CSL Behring erhalten zu haben. Aktuell bin ich im Bereich System Improvements tätig. Wir beschäftigen uns dort mit der Optimierung von QM-Prozessen, die sehr nahe zur Produktion, zur Forschung und Entwicklung stehen, wo ich aber auch in anderen Bereichen im Qualitätsmanagement mein Know-how aus dem Studium einsetzen kann. The Master's Degree Program in Life Sciences at the ZHAW is offered in cooperation with three other universities of applied sciences. The general foundations of the discipline, together with advanced theoretical principles, are taught in joint courses. This gives students the opportunity to start interdisciplinary collaboration and networking. Bei uns im Masterstudiengang Pharmazeutische Biotechnologie ist die Masterarbeit ein zentrales Element, nebst den theoretischen Grundlagen. Die Studierenden können ein Thema eigenständig und selbstständig bearbeiten und sind dabei in ein Forschungsteam integriert. Viele Projekte finden zusammen mit internationalen Forschungs- und Industriepartnern statt. Aus meiner Sicht ist die Masterarbeit eine großartige Chance, sich einzusetzen und sich zu profilieren. Nowadays, many international companies and employers expect their management employees to have a Master's Degree. Our Master's Program enables you to qualify for positions of responsibility in many areas, from research and development to production. Seit einigen Jahren machen wir gemeinsame Forschungsprojekte mit dem Institut für Biotechnologie an der ZHAW in Wiedenswil. Wir schätzen die Innovation und die Verlässlichkeit unseres Projektpartners. Im Zuge der Projektabwicklung konnten wir uns auch vom hohen Ausbildungsniveau des Masterstudiengangs überzeugen. Graduates of the Master's Degree Program who specialize in pharmaceutical biotechnology are also in great demand in international research centers. Wir haben am Institut für Biotechnologie der ZHAW in Wiedenswil drei KTI-Projekte durchgeführt und haben sogar die Ergebnisse in unsere Produkte einfließen lassen können. Zurzeit beschäftigen wir zwei Absolventen im Bereich Automationstechnik und Informationstechnologie. Für mich als Unternehmer war es ausschlaggebend, dass die Ausbildung an der Hochschule sehr hochwertig und interdisziplinär angelegt ist. Wenn wir neue Leute für unser Team suchen, greifen wir gerne auf Absolventen des Masterstudienganges des Instituts zurück. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.